Als Senior Partner in diesem Tandem-Projekt sammeln wir bereits seit 2017 Erfahrungen in der 3D-Visualisierung und im Digital Storytelling. Mit über 200 3D-gescannten Objekten, zahlreichen Erkenntnissen aus der co-kreativen Arbeit und mehr als 20.000 Besuchenden in die Alem, freuen wir uns darauf, Wissen weiterzugeben und gemeinsam neue Wege zu gehen. Mit Unterstützung von unserem Tandem-Partner, dem Deutschen Museum, bringen wir einen VR-Fahr-Simulator in der Stadtbahn nach Nürnberg. Basierend auf unseren Dauerausstellungen schaffen wir eine virtuelle Erfahrung, mit der wir Besucher aus beiden Museen zusammenbringen wollen. Wir digitalisieren jetzt unsere Dauerausstellungen und wir wollen dann einerseits natürlich für uns selbst die Ausstellungen dokumentieren, aber auch für die Besucher weiterhin erfahrbar machen. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.